Mein Name ist Tipani Kittin, ich bin Boxer. Ich habe 220 Amateurkämpfe gemacht und vier bei den Profis. Unter anderem war ich Deutscher Meister 2018 und habe mit der deutschen Nationalmannschaft die ganze Welt bereist. Ich habe vier gewannene Profikämpfe und bin jetzt seit drei Jahren in Rente. Und ich habe Lust mich wieder zu messen und deswegen würde ich gerne an deiner Combat teilnehmen. Ja, Mann, Köper sauber, weiter! Köper spürt, schau mal aus! Oh, gute Aufwärtshaken hier. Ja, super! Ja! 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 Ja!